Pokémon! Pokémon! Das letzte Mal hat Ash unser Held aus aller Bastia Schweinekotelett Erhalten Schweinekotelett Wurde schwach und krank Ash musste ihm nicht helfen Ach... Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage für Apobert von Vertania City Schamon Leute! Möglicherweise befinden sich Cockdiebel in unserer Gegend Achten sie vor allem auf verdächtige Schremse Ich wiederhole, seien sie wachsam und achten sie auf Schremse Oh, wenn man vom Teufel spricht Moment mal! Nicht so hastig Nicht so hastig? Wohin wollen wir denn mit dem Cock, junger Mann? Nein, das ist mein Pokémon Schweinekotelett Bist verletzt, ich muss ganz schnell ins Galabian kauf Oh, entschuldige bitte, zeig mir doch bitte deine Idea So was hab ich gar nicht Bitte lassen sie mich gehen Hey, was hast du denn da in der Tasche? Was? Oh Ich bringe euch hin, das geht viel schneller Setz dich, halt dich fest und schrei nicht Ein Steckbrief Ich fühle mich gefegt Ich aber nicht Ich seh auf dem Foto geil aus Den Menschen von Vertania City wird es noch leid tun, dieses Arschgesicht jemals gesehen zu haben Tut allen leid dein Scheißgesicht sehen zu müssen, aber wir sind hier um zu lehlen Vergesst das ja nicht Miauts! Da ist es Das Galabian kauf Jetzt wird's holprig Halt dich gut fest, kleiner Giaaaaaaah Giaaaaaah Wir haben hier eine Auffahrt Das ist aber ein Cock-Notfall Bitte helfen sie Schweine-Kotelett Das ist ein Schweine-Kotelett Wir tun was wir können Ich brauche eine Trage für ein kleines Gia-Kotelett Pokémon sofort Ach bitte sagen sie es mir, wenn ich irgendwas tun kann Nein Das nächste mal benutzen sie bitte die Auffahrt Ich ruf mal zu Hause an Hallo, hallo, hier spricht Frau Ketchum Hallo, Mom Oh, hallo Liebling, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja Ziehst du auch jeden Tag frische Unterwäsche an? Hans-Nobel Hab ich dich endlich Hä? Ich will sofort ein neues Fahrrad haben, verstanden? Mein Arm ist kleines Schweine-Kotelett Kotelett Geht es sehr schlecht Ich will sofort ein neues Fahr- Und jetzt bring ich dein Pokémon um Gut, okay Achtung, Achtung Das Kaffens haben wir wohl aufgeweckt Oh Mann, was ist denn jetzt los? Hab Angst, mein Kleiner Gestattet uns 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 vorzustellen Wir wollen Erde Und unseren eigenen Staat kreieren Nicht Miaut, ganz genau Wovon redet ihr eigentlich? Kritische Situation Hey Es ist ein schwarzer Tag für viele Mitarbeiter des angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof hat erneut Insolvenz beantragt Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren Was machst du da? Hey, jetzt warts doch ab, immer mit der Ruhe Ach, zu spät, aber das Feuerwerk ist ja Jawohl Welche finsteren Pläne wird Team Rocket noch aushacken? Wird Misty je ein neues Fahrrad bekommen? Die Antworten und viel Action in der nächsten Folge Copyright MDR 2021 im Zeit ist ряд